Bergtraining erwartet man heute, glaube ich, dicke Oberschenkel. Ziemlich viel Laktat überall im Körper, denn so sieht er nicht so schall im Bild aus, der Berg, aber ich glaube, der hat es in sich. Also wir rennen jetzt hier achtmal in Buggelnuff und ich glaube, dass der Thomas nicht ganz schön holt kaputt machen und abziehen wird. Thomas, ein harter Hund, Kriegspartner, hat immer bei Disney Drecksprüngen voll was abgenommen am Ende. Das ist echt anstrengend, aber am schlimmsten war der Bratwurstgestank oben im Ziel. Da haben sie nämlich hier gegrillt. Vielleicht du mir deine Borste gefahren, du hättest auch nur mit zehn Sekunden rausgeholt. Vielleicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.